Wir sind hier bei der WM in Zagreb. Vor uns steht Lorenzo Maas vom Team Belgien. Lorenzo spielt normalerweise in Krefeld, deswegen können wir das auf Deutsch machen jetzt. Wunderbar. Erstmal Glückwunsch zu dem wichtigen Sieg. Ich meine, ihr seid Aufsteiger und ist dann wohl Klassenerhalt. Euer erstes Ziel? Indirekt. Also wir haben uns schon als Ziel gesetzt, eine Medaille zu holen. Wir werden natürlich zufrieden, wenn wir in der Gruppe bleiben. Und jetzt so deine Sicht vom Spiel heute? Das war jetzt nicht unser bestes Spiel, aber für das erste Spiel war das okay. Wir müssen uns erstmal finden. Wir haben aber das Spiel dominiert. Im zweiten, dritten haben wir kurz mal die Kontrolle verloren, aber im Ganzen war das ganz okay. Wir hätten mehr Tore schießen können, das Gegentor war auch ein bisschen unglücklich. Aber mit dem Spiel kann man zufrieden sein, kann aber besser. Aber man muss besser. Wie viele Vorbereitungen habt ihr gehabt? Ja, fünf Wochen haben wir regelmäßig trainiert. Aber eine richtige Vorbereitung, wie jetzt andere Länder in höheren Gruppen, haben wir nicht dafür. Da haben viele einfach keine Zeit, weil alle einen Job haben. Aber wir haben uns gut vorbereitet, besser als die anderen Jahre. Und wir haben auch zwei Vorbereitungsspiele gehabt gegen Orland. Da haben wir gut gespielt. Und man kann zufrieden sein. Es steigert sich. Und wie war eure Anreise, eure Unterkunft? Ja. Flugzeug war gut. Hotel ist schön sauber. Essen ist okay. Alles okay. Ihr seid ja auch direkt hier gegenüber untergebracht, wie alle Teams wahrscheinlich. Das ist ja ein kurzer Weg dann auch, wenn ihr morgens ganz früh dann schon Training habt. Genau. So zwei Minuten. Wie ist das so, mittags dann schon ein Spiel zu haben? Ist das jetzt komisch? Wirft das auch einen ganzen Rhythmus durcheinander? Ein bisschen. Also der Trainer hat gesagt, wir sollen unsere eigene Sache machen vom Spiel. Wir haben jetzt nicht unbedingt irgendwas gemacht. Wir haben nur gegessen. Dann waren wir spazieren zusammen. Und dann hat der Trainer gesagt, dass wir machen können, was wir machen. Also unsere Routine sozusagen. Wunderbar. Wunderbar. Ich glaube, jetzt wird es auch lauter hier. Sagen wir erstmal Danke. Halten dich nicht länger auf. Wir sehen uns in Italia bestimmt noch. Danke schön.